Hallo, ich bin Jan von iDoc. Wenn du Softwareprobleme mit deinem iPhone hast, gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese zu beheben. Am Beispiel des iPhone 7 möchte ich dir drei Optionen vorstellen, denn seit dem iPhone 7 haben sich die Tastenkombinationen geändert. Die drei Möglichkeiten, die wir haben, ist einmal der Hard Reset, also ein erzwungener Neustart von dem iPhone. Die zweite Möglichkeit ist der Recovery-Modus, bedeutet wir stellen das Gerät einmal komplett wieder her. Und die dritte Möglichkeit, die wir haben, ist der DFU-Modus oder DFU-Restore. In diesem Fall wird das gesamte Betriebssystem plus weitere Software neu aufgespielt. Die erste Möglichkeit, die wir haben, ist der Hard Reset. Das ist der erzwingende Neustart, hiermit können wir kleinere Fehler beheben. Der Hard Reset ist notwendig, wenn sich beispielsweise eine App aufgehangen hat, wo das gesamte Betriebssystem eingefroren ist. Ich starte den Hard Reset mit einer Tastenkombination. Beim iPhone 7 ist es die Leiser-Taste und der Stand-by-Button. Ich drücke die beiden Tasten und halte sie gedrückt. Das Gerät schaltet sich aus und startet neu. Sobald das Gerät wieder startet, sprich wenn man das Apple-Logo sieht, kann ich die Tasten loslassen. Die Tasten müssen für etwa 10 Sekunden gedrückt werden. Der Hard Reset ist praktisch, wenn man unterwegs ist, weil man kein weiteres Zubehör benötigt und das Gerät neu starten kann. Die zweite Möglichkeit, die wir haben, ist der Recovery-Modus. Das ist der Wiederherstellungs-Modus. Dabei haben wir verschiedene Optionen. Einmal können wir das Betriebssystem aktualisieren oder wir können das Betriebssystem komplett wiederherstellen. Um den Recovery-Modus durchzuführen bzw. den Restore durchzuführen, benötigen wir nicht nur das iPhone, sondern auch einmal ein Lightning-Kabel sowie einen Rechner, entweder einen Mac-Rechner oder einen Windows-Rechner mit dem aktuellen iTunes sowie eine Internetverbindung. Um in den Recovery-Modus zu kommen, schließe ich das iPhone an dem Rechner an, auf dem ich iTunes schon geöffnet habe. Dann mache ich eine Tastenkombination. Ich drücke wieder die Leiser-Taste und den Stand-By-Button gleichzeitig, halte diesen gedrückt und nun warte ich komplett ab, dass das Gerät neu gestartet ist, lasse sie aber nicht wieder los, sondern halte sie so lange gedrückt, bis ich eine Meldung auf dem Display bekomme, dass ich das Gerät mit iTunes verbinden soll. Des Weiteren sehen wir auch direkt auf iTunes eine Meldung, dass wir in diesem Wiederherstellungsmodus sind. Das Gerät hat gestartet, aber wurde während des Startvorgangs abgebrochen, sprich die gesamte Software ist nicht geladen. In iTunes können wir schon erkennen, dass wir jetzt die beiden Möglichkeiten haben, das Gerät zu aktualisieren oder wiederherzustellen. Ich empfehle als erstes immer die Aktualisierung, denn bei der Aktualisierung bleiben alle Daten, wie zum Beispiel Bilder oder Kontakte, erhalten. Die Wiederherstellung ist sinnvoll, wenn man beispielsweise sein iPhone gebraucht verkaufen möchte, denn hierbei werden alle privaten Daten restlos gelöscht. Wichtig, die Funktion Mein iPhone suchen sollte im Vorfeld deaktiviert werden, denn wenn das Gerät wiederhergestellt worden ist, muss dies neu eingerichtet werden und bei der Einrichtung wird sonst die Apple-ID und das Passwort abgefragt. Es ist auch möglich, den Recovery-Mode wieder zu verlassen. Hierzu muss einfach die Standby-Taste relativ lange gedrückt werden. Die dritte Möglichkeit, die wir haben, ist der DFU-Restore. DFU steht im Englischen für Device Firmware Upgrade. Das ist die tiefgehendste Möglichkeit, die wir haben, die Software komplett neu einzuspielen. Bei dem DFU-Restore wird nicht nur das iOS-Betriebssystem neu eingespielt, sondern auch weitere Software, die dafür verantwortlich ist, dass überhaupt die Software iOS mit der Hardware funktionieren kann. Um den DFU-Restore durchzuführen, gibt es wieder eine Tastenkombination. Das ist wieder der Leise-Button und der Standby-Button. Ich drücke diese beiden wieder und halte sie gedrückt. Ich warte ab, bis das Display schwarz wird. Dann lasse ich den Standby-Button los. Sobald ich im DFU-Modus bin, wird mir das auf iTunes angezeigt. Außerdem bleibt das komplette Display vom iPhone schwarz, da die Software jetzt komplett nicht gestartet hat. Das iPhone hat also nicht gebootet. iTunes hat das iPhone im DFU-Modus erkannt. Ich kann jetzt die Wiederherstellung mit OK bestätigen. Dann wird die aktuelle Software des iOS-Betriebssystems heruntergeladen und anschließend auf dem iPhone installiert. Sobald die Installation abgeschlossen ist, muss das iPhone wieder neu eingerichtet werden. Auch hierbei ist es wichtig, dass wenn mein iPhone-Suchen aktiviert ist, muss wieder die Apple-ID und das Passwort beim Einrichten des iPhones eingegeben werden. Den DFU-Modus kann man auch wieder verlassen. Dazu muss wieder die Leiser-Taste und der Standby-Button für ca. 20 Sekunden gedrückt werden. Das Gerät startet dann ganz normal neu und man ist wieder in dem iOS-Betriebssystem. Ich hoffe, ihr konntet die Softwareprobleme von eurem iPhone beheben. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie doch einfach hier auf YouTube in der Kommentarfunktion. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert unseren Kanal und wir freuen uns natürlich auch immer über Vorschläge für neue Videos.